Willkommen zurück zum... Megaprojekt! Megaprojekt, ne? Das ist doch kein Megaprojekt, wie am Stil. Ach so, ach so. Echt? Ja. Es gibt noch was außer Megaprojekt in unserem Leben und in dem Leben von anderen? Krass. Krass, wir haben ne neuen Ständer, hab ich letztes Mal gesehen. Warte, so ein Portal-Gun-Ständer, oder was? Na, guck mal da oben. Na oben, ach da oben. Ah, Heiko, hast du den Pimmel gebaut, oder? Oder warst du da, Peter? Ne, ich weiß nicht, der Heiko hat hier sowieso so ein bisschen gebaut, wolltest du uns dazu nichts was erzählen? Zu, zu dem Penis? Ne, generell. Ja, stimmt. Unten, ja. Hier, warte. Oh, ich hör grade, kannst du dich nen Tick lauter machen? Geht das? Ja. Nein, du, dich nicht? Ja, ich weiß. Das meinte ich auch. Den Heiko. Warte, ich muss mein Mikro schnell umstellen, dann sollte das gehen. Ui, der Penis-Jump kann man ja machen von hier dann. Warte, ist das besser? Ja, so ist gut, sehr gut. Ja, so ist besser. Perfekt. Wupp, 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 so. Warte, Heiko erzählt jetzt, was er gebaut hat, in Offscreen so. Ja, dann mach jetzt auch. Warte, musst du mich grad drauf beschäftigt stellen. Ah, hier drücken. Okay. Wir haben ne automatische Enchant-Fabrik. Ja. Die, äh, Bücher automatisch verzaubert und das ME-System damit oben befüllt. Oh. Also, ähm, kannst du jetzt eigentlich deine Zauberstäbe enchanten, da sollte eigentlich auch Bücher mit Charging und so dabei sein. Ah, sehr gut. Muss mal gucken. Und, und, und du hast doch irgendwie Solarpanels gebaut am Rand, ne? Da hinten, ja. Genau. Das ist gut. Wo führt dieses Portal hin an der Wand? Ach nee, das ist leer, ne? Da musst du mal gucken, Ted. Ne, das ist leer, das ist dunkel. Das Ende fehlt. Genau. Hier hat er ein paar Solarpanels gebaut. Ich denke mal wegen dem, ähm, wegen der Maschine da drin, ne? Ah, okay. Ja, so. Sonst geht die da mal immer, ja. Und das ist irgendwie nicht so ganz optimal. Ab Abturn, ne? Ja, stimmt. Weil der Ding jetzt so lange lief, der Tunnelbohrer oder was? Ja, auch das ME-System. Ach ja, genau. Das braucht ja auch immer Strom, ne? Weil das haben wir leer gelutscht. Und ich hab meine Verzauberungsecke mal hier runter geholt, weil ich dann Hardcore verzaubert hab. Ah. Guck mal, Ted. Das kommt aber bald auf meinem Turm. Hahaha. Wat denn? Wat hast du denn? Ja, hier. Ach so. Hier hab ich ganz viele Rezepte geholt, das hat voll lange gedauert. Haha. Aber ich hab was vorbereitet. Warte, ich will mal was bauen. Hier, guck mal. Ja? Ah, da. Oh. Oh, cool. Hahaha. Hey, du Sack. Hier wird halt nix. Lass dich bauen. Lass dich doch bauen. Okay. So. Darf ich bauen? Oha. Hahaha. Oh, ich wollte dich gar nicht wegwerfen. Ich wollte den Block da haben. Warte mal. Ey. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. So geht das. Jetzt verpisst dich. Machen die alles kaputt, Mann. Mach ich doch gar nicht. Ich glaub, wir müssen eben das Ding wegnehmen, ey. Hau ab. Ich bin nicht tot, ich hab nur Level 48. Ne, hier so. Ich wollte eigentlich da ablassen, das Ding. So warte, ich hab schon was vorbereitet und zwar hab ich mir schon alle Zutaten rausgesucht, die ich jetzt brauche für die Rezepte, damit ihr auch was seht, weil ich hier baue, ich weiß noch nicht mehr, was ich bauen wollte. Ähm, ich glaube einmal das Portable Hole und die Hungry Chest. Genau, Arcane Wood. Was macht das Portable Hole? Ja, ist wie eine Frau. Ah, okay. So eine Travel Pussy, sagste. Ja, genau. Ein portables Loch. Ich hab jetzt nur... Ich hab jetzt nur gerade vercheckt, jetzt hau doch mal hier ab, Mann. Ich mach doch gar nicht, guck doch nur mal, weil du hier so hast. Er pimmelt hier rum, Alter, jetzt... Ja, was soll ich denn machen stattdessen? Jetzt weiß ich wieder. So, so. Das war falsch. Toll. So, warte, jetzt weiß ich wieder. Wo ist mein Zauberstab? Da ist er doch. So, kann erst mal ein bisschen Müll loswerden hier. So, jetzt ist er weg. Jetzt hab ich meine Ruhe hier, Alter. So. Jetzt hau doch ab, ihr! Wo bist du hin, Heiko? Ich seh dich nicht. Ich kann hier immer noch weiter craften, das find ich ganz cool. Ah, cool. Aber bei mir bist du komplett verschwunden. Ich steh bei Peter in der Ecke. Ach so, okay. Ach so, deshalb. Jetzt nicht stören, ich muss das Rezept anmischen. Ich kanns immer noch weiter craften. Ja. Am Arsch der Welt. Warte, ich mische das Rezept an. Du kannst ja eigentlich gucken, in dem ME-System da... Aha. Ich kann immer noch weiter craften. Immer noch? Ja. Loll. Loll. Wo ist er denn jetzt? Bei dir im Haus. Wahr. Guck mal, bei dem ME-System in das Craften-Ding rein. Nein. Nein, jetzt bin ich rausgegangen. Scheiße. Oh. Guck mal Ted, weil ich mir ne Truhe hab. Werf da mal was hin. Loll. Aber nur wenn du die genau triffst, oder was, ne? Und wenn ich da jetzt dran geh, beißt die mich dann? Ne. Ich glaub, oben drauf musst du das werfen, oder? Ja, so einfach auf das Muddel drauf, irgendwie. Das ist cool, ne? Das hab ich voll lange gebraucht. Ah, okay. Das ist voll das coole Gimmick, so auch. Ja, eigentlich schon. Warte, jetzt brauch ich mal das richtig geile, warte. Damit krieg ich dich hardcore nerven. Was denn? Was ist das denn? Nix. Aha. Nix, weißt du? Nix beim Peter ist immer, oh oh. Wo ist der Ted? Na, was machst du denn? Jetzt kommt so Lava von oben runter am besten, ne? Hui. Wie produktiv der Ted heute wieder ist. Ja, auf jeden Fall. Unbelievable. Warte, 16. Ich freu mich doch schon so, Peter. Ich freu mich so. Jetzt hau ab, Mann. Ted? Ja? Das geht jetzt speziell an dich. Ich schließe jetzt die Black Hole Chest an, ne? Okay. Und mach die nicht kaputt. Nein, nein, mach ich. Was passiert dann? Schürt dann der Server ab? Ne, dann sind die ganzen Items weg. Alle? Alle. Uh. Uhhh. Uhhh. Wir müssen hier auch mal irgendwie gucken dann, dass wir hier so ein paar Defenses noch haben. Weil letztes Mal war ja auch ein Creeper irgendwo hier drin. Was ist denn, wenn wir mal über Lichter machen? Und hier mal ne ordentliche Treppe und lagern mal aus. Guck mal, wie das hier aussieht. Was ist denn mal mit ner Decke? Ja, echt, ey. Ich hab ja schon gedacht, ich mach hier mal so ein bisschen weg schonmal. Ja, cool. So einfach ist das. So einfach ist das. Zitat Garen bestraft. Genau. Dann mach mal ein bisschen Decke weg, Ted. Ich muss ja auch irgendwas machen. Kannst du jetzt bald auch endlich mal verzaubern, dass der sich automatisch wieder aufletisch darf? Ja, hab ich da so ein Buch. Wo kommt das Wasser her? Ist das von dir? Ja, ich werf hier grad was in die Rezeptbox. Okay. Obwohl, wir haben doch hier auch noch ne Turtle, ne? Ich lass halt die Turtle machen, nachdem ich ja jetzt weiß, wie das geht. Oh fuck, ich brauch noch ein bisschen was von dem Loch. Wir haben sogar ne Melee Turtle. Was machen wir denn damit? Ach, hier war dat cool. Ich muss da in sechs Kisten von nicht. Ich glaub, ich hab hier zu viel reingeworfen. Ach. Ist da jetzt überhaupt noch irgendwelche Lava da? Oh. Ja, unten, oder? Ja, ich frag nur. Ich weiß ja nicht. Wie lädt sich denn mein Loch auf? Das Loch ist schon immer aufgeladen. Du kannst nur nicht durch so ganz dicke Wände. Ach genau. Und Heiko, ich hab noch mal ne Frage. Wie konnte man nochmal nen Turtle benennen? Man kann den ja oben benennen, ne? Haha. Das ist geil. Ähm, mit Label Z. Ah, Label Z. Okay. Dann genau. Hau ab. Hui. Aua, wieso krieg ich denn dann Schaden? Ja, weil sie's grad mal geschlossen hat. Oh yeah. Ach so, boah ey. Das ist ja froh, dass ich tot bin, ey. 200 Level hab ich. Kann ich das auch durch den Server machen? Ach nein, kann ich nicht. Boah, das war doch keine gute Idee, denn so was auszuprobieren, ey. Ah, ich brauch keine Türen mehr. Wie geil. Guck mal, Ted. Watt hin. Hau ab. Nein, hier bin ich. So. Ja, ist cool. Äh, so. Ma. Ach ma, schade. Man kann's nicht wieder ausmachen. Ich brauch mal irgendeine Kiste. Ah. Jetzt guck ich hier immer ganz klein im Boden. Im Boden und in der Decke rum. Ah, guck mal hier. Hier ist ein Baum. Cool. Ich hab zufällig auch zwei Spawner gefunden, weil ich ja diesen Verzauberungskram gesucht hab. Die hab ich mal hinten hingestellt. Ja. Weil, Heiko, kennst du das, wenn du die Turtles benennst, dass dann die Energie nicht verloren geht? Ja, klar. Dafür ist der da. Also, dafür benennt man die. Wie war's? Label Z einfach nur? Oder Label... Was machst du denn da? Dann programmierst du grad die Turtle oder was? Ja. Ah, guck mal. Geil. Achso, Label Z. Okay, ich hab jetzt Label Z gedacht. Label Traurig. Boah. Achso, Label Lea Z. Sollen wir die Tür hier zubauen? Welche Tür? Ja, vorne. Weil ich brauch keine Tür mehr. Ich mach einfach so. Ja, toll. Du nicht. Obwohl ich kann mir ja ein Portal drin lassen. Guck mal, ich kann den Dschungel sehen da hinten. Okay. Hinter dir. Ah, jo, ich auch. Da ganz hinten. Cool. Oh nein, ne Crystal Chest. Ja, ich brauch nur ein bisschen Platz, weißt du. Okay, hier schließt sich grad das Loch nicht mehr. Okay. Ich hab's kaputt gemacht. Uh. Toll, Peter. Echt super Leistung, ja. Ah ja, genau. Ich wollte gleich mal den Stab mit Charge belegen. Was machst du denn da jetzt? Ich? Ja. Ich guck mir an, wie die Turtle arbeitet. Ja, und müssen wir das denn so hoch ausbauen? Müssen wir doch gar nicht. Doch, wir brauchen auf jeden Fall ne fette Halle. Da muss die Holzdecke ja auch weg. Ach so. Ja, äh. Das stimmt natürlich. Ja. Äh, ja. Haben wir denn ein paar Treppenstufen? Oh yeah. Okay, dann machen wir halt mal anders. Stairs. Ah, jetzt da um die Ecke, so. Äh, aus was mach ich denn die Stufen? Aus Holz am besten, ne? What? Fiel mal so gut wie kein Holz mehr, Ted. Ne? Ne, es sind gar keine Disketten dann. Warte. Warte, warte, warte. Jetzt. Ach, da unten in dem... Ah, guck mal. Sieht man sogar. So, äh. Woll ich jetzt machen die Scheiße? What? What? Ich glaube wir bauen das hier aus Rubberwood. Weil davon haben wir ganz viel. Rubberwood. So, Rubberwood. So. Boah, warum macht der das manchmal, dass der einen Block unten drunter setzt, Heiko? Weißt du das? Wenn der in der Luft schwebt. Ah, da muss ich dann vorher einen Block drunter machen, oder was? Mhm. Boah. Kann die... Schwebt da eh rum, ey. Affenkind. Wollt du eine TBM dahin, um das Ding auszuzählen? Ja, genau. So eine riesengroße, ne? Ja. Wo dann das zusammenbauen eine Stunde dauert und dann abbauen 15 Sekunden, ne? Achtung, Ted, wie das aussieht, wenn man hier drückt. Warte. Wenn das weg ist. Achso, nach hinten hin, da ist das so der... Ja, und wenn der, wenn der... Siehste? Ja. Cool. Oh yeah. Awesome. Ja, wer hat das beste Spielzeug? Ich? Ne. Doch, weil ich hab nen riesen Penis. Erzähl nicht. Ne? Ne. Achso, achso, okay. Weißt du, was mir nicht so gefällt hier? Ne? Die Brücke. Ah, alles, ne, sagste. Ja, dann bau die da um, Peter, wenn du Bock hast. Ja? Ja, mach doch. Okay. Ich muss kurz mal re-loggen. Irgendwie hab ich grad Megalex. Okay. Bestimmt wegen seiner Truhe, die er da gebaut hat. Na, da ist doch noch gar nix drin. Ja, deswegen ja. Jetzt geht's. Ne, ich glaub das war wegen dem Portable Hole gerade, weil das so ein Riesenteil war. Ne, das ist immer ein Riesenteil bei mir. Ja. So, dann nehmen wir doch mal ne normale Chest, wa? Wo war die denn jetzt, die Chest hier? Da? Ja ne. Ah, da ist er der gar nicht. Hier kann ich den Safe abbauen, nur mit ner Wrench oder was? Ja, aber nur wenn er leer ist. Ja, der ist leer. Powder. Ja. Oh, guck mal, ich kenn die einfachsten Rezepte ne mehr. War er mit Sand? Ja, klar war er mit Sand. Wer macht TNT? Nein. Der wird alles in die Huft jagen. Der macht TNT. Der macht TNT. Roberts. Radt. Z. Vielen Dank.